Willkommen zurück zu City Skylines. So und dann letztes Mal haben wir ein Ding gebaut im Kreisverkehr. Jetzt geht's wo an? Aha. Eigentlich gehen die meisten Routen wollen da rüber. Dann wäre es halt vorteilhaft in der Verbindungsstraße zu bauen. Das heißt... Ich mach... Welche ist das? Eine Baumstraße? Eine Baumstraße. Ich mag den hier. Komm hier nicht unten durch. Da komm ich leider nicht durch. Da komm ich leider nicht durch. Wort belegt. Ah, nein, oder? Sag ich komm da nicht durch. Doch, doch. Grad ging's, grad ging's. Nee, geht nicht. Warum ging's denn gerade? Da ist der Pfeil im Weg. Und die ist halt nicht hoch genug die Brücke. So geht's. Ungültige Form. So. So. Jetzt die Ampel weg. Ich schau mal ob das benutzt. Mal gucken. Wie viele das nutzen werden. Da müssen wir jetzt einfach da warten. Mal gucken. Mal gucken, ob das benutzt. Ja. Bis jetzt. Genau. Kein einziges Auto. Ich hoffe aber, dass das doch benutzt. Mal schauen. Der erste steht schon da auf der Biegelspur. Aber es nutzt keiner. Noch nicht. Könnte das bitte irgendwie jemand nutzen? Hm. Gar keiner, ne? Ja. Ja. Wir fahren lieber alle da rauf. Und dann da rein. Und da irgendwo hin. Die Straßen. Okay. Wir wollen nur auf die Straßen müssen, oder? Wir fahren da gerade, oder? Obwohl, da fahren auch viele gerade. Da fahren halt meist nicht gerade. Dann wärs doch besser, wenn sie es nutzen. Oder? Ja. Die Fußgänger nutzen das schon. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Also richtige Verkehrsrote. Nein. Was ist das? Bratverkehr. Und was noch brauchen? Lkw. Lkw. Ja. Da, da, da. Doch. Wird genutzt. 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 Das ist gut. Ja. Warum nicht? Wird genutzt. Alter, da viel Stau. Ja, da habe ich so gestaut, dass sie einfach darüber fahren. Darüber. Auf die Automan. Und da viel schneller sind. Aber okay. So weit denken die ja nicht. Nein. 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 Die denken halt wirklich nicht so weit. Dass sie da alleine brauchen. Alles da. Ja. Aber okay. Aber okay. Aber okay. Ja. Ja. Jetzt ist die Frage. Wie mache ich das hier? Tempo. Ja. 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 da auch 130 ja das passt das passt auch da der Brücke da auch 130 aber da will ich dann den ausbauen den wie weit geht es bis wohin bis hier dann passt das ja und dann da wieder ja bis da ok und da ist ja egal aber hier staun sich auch in der Autobahn hä heißt das ja schlau hier also da mal gucken ob das so gut ist weiß ich nicht verkehrslage verkehrslage erstmal bevölkerung schauen 3 prozent arbeitslose bürger das ist gut das ist sehr gut so kann es weiter gehen 3 prozent ist mehr als 0 3 prozent ist super was aber nicht super ist ist 27 prozent das hat er gemacht es hilft nichts das gehört gemacht wird direkt da noch eins angeschlossen das geht sie nicht aus das geht sie nicht aus das geht sie nicht aus doch doch ich komm da runter dann komm ich da rauf ja komm ich da runter ja ja perfekt 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 also wie fahr ich jetzt und wo fahre ich da da geht es gar nicht da da geht es gar nicht und ich und 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 da m und ich wund raus und da du und die das annehmen und darauf berechnet werden keine Ahnung meine Stimme ein bisschen kratzig ist und die fahren schon im Bus die fahren halt noch nicht optimal wir müssen da, ok, ja, können wir das machen die Frage ist halt, wie nehmen die das jetzt an bis jetzt noch nicht aber es wird schon lang genommen mit der Zeit ja, man sieht schon, man sieht's die nehmen das auf jeden Fall an davon auch viele, aber fast keine Fahrt hier gerade ja da fährt fast gar keiner gerade meisten wollen alle hier, ja wollen alle eigentlich hier ich sehe fast keinen, der hier gerade fährt ein Auto hab ich bis jetzt gesehen na müssen halt alle zur Industrie na wir sind unsere Industrie bị da schon wichtig nicht wir sind das ist immer wichtig kommt halt jetzt nimmer voran würde ich sagen da haben wir so viele Probleme das ist eine station haben aber ich kann ja noch einmal gerne dann gerne gerne von dem das passt und nicht ja wir brauchen noch mehr wir brauchen noch mehr das ist was das ist sowieso ja man sieht die nutzen jetzt kommt halt gerade nur raus jetzt wird es wieder weniger genutzt das hier wird nicht besser sollen wir so eine überlegung ob man hier gut durch kann es entspannt nicht wird stark genutzt naja jetzt hier das problem haben wir ein bisschen besser gemacht oder auch nicht nein es war halt noch immer viel zu viel darüber wenn die mehr da und da und kann man die könnten alle darunter fahren also da und dann über die straße fahren und dann der fliege schnelle aber ok sind wir noch nicht wer ist dass ich die damit irgendwie 118 10 11 11 und auch fahrende mehr darüber oder nicht weil es schnell ist muss ich schauen ein paar fahren es rüber aber immer noch nicht das ist da zu machen ja trotzdem danke für das zu tun hoffe hat euch gefallen bis zum nächsten mal